ok damit hallo und jetzt willkommen zurück zu so was machen wir eigentlich jetzt was wir jetzt machen also eigentlich müssen wir ein paar fälle uns mal organisieren bzw wollen wir denn wieder in die richtung dahin laufen wo ich wo wir beim letzten mal das re gesehen haben beziehungsweise ich das re gesehen habe ich weiß ja gar nicht so schlecht machen wir das mal ich war nur ein bisschen die feder eingesammelt damit das weiter gesammelt wird derzeit ja das war der wind ich gedacht da kommt was mal hoffen dass da nicht irgendwie irgendwelche viecher sind weil das war ja beim letzten mal das problem worauf wartest du auf den gestrigen tag also nicht auf dich gerade ach so wow ich stehe neben dir aber hey sorry alles gut ich hab auf das davon laufende hesschen geachtet willst du drüben hier weiter wo willst du hin da hinten rüber ich rutsche immer schon so weit obwohl ich mich gar nicht weiter bewegt habe ok 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 sind hier irgendwelche viecher ja nein da doch da zwei stück mal rüber gehen einfach was ich gehe ich schwung gerade rüber und was ist wenn hier doch sind nur die beiden nein ich meinte jetzt krokodile achso das wäre jetzt sov gewesen ne also ich meine vor allem für dich weil ich war ja vor dir das heißt ich würde wahrscheinlich dich als hinterzügler nehmen als nachzügler koffer auch schon wieder ach man ich habe schon wieder kurze sachen an ich bin ich kurze warte mal wo ist mein da wo die will ich wieder anhaben lalala 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 kampf nicht mehr pfeile tragen was sei denn der Mist hier sind auch noch ein paar koffer wo ich gerade bin was hier sind auch noch koffer ich habe Isoliband gekriegt hey ooooh medizin das ist sehr gut hallo hallo da hinten läuft jemand umher hm da vier stück sogar ne oh fuck lalala lalaze 주세요 ok was ist ehrlichgehend weg weiter oder ach da bist du denn bei der weißen schrift ist immer ein bisschen so Ich verkomme, dass es irgendwie so auffällend leuchtend grün wäre und sowas. Ja gut, grün wegen grünen Gras und so weiter ist auch nicht unbedingt so geil. Ja, dann eben... Warte, da ist ein Reh. Ich fahr runter. Ich nehm den. Treff nicht. Ich hab getroffen. Einmal. Ich auch einmal im Kopf. Auch das Ziel, was ich eben hatte? Ich hab das Reh hier. Ich hab das eine Schlachtig gerade. Andere Reh läuft weg. Ich weiß nicht, wo du bist, wenn ich ehrlich bin. Oben. Ah lol. Weißt du, das läuft weg. Hier suchen wir mal so ein kleines Lager. Ach, dahin bist du. Ich seh dich. Und ist weggelaufen. Ja, du musst... Also ich glaub, der braucht zwei im Kopf oder wenn du... Eins im Kopf und zwei im Körper, glaub ich ja auch, wenn ich das irgendwie richtig im Kopf hab noch. Ja, ist jetzt trotzdem weggelaufen. Ja. Gut, eins hab... Ich bin hier unten bei dem Lager jetzt. Ach da. Aua. Du musst aufpassen. Da war plötzlich ein Abhang. Ja, wo so plötzlich... Ja, okay. Ja, da, wo ich runtergekommen bin schon. Ich hab Aua gemacht. Oh, Abhang. Nicht gut. Nö. Oh, ich weiß ja auch, wo du die Beine her hast. Was? Jetzt weiß ich, wo du die Beine her hast. Okay, okay, okay. Da war ein Kaninchen. Das ist leider zu schnell weggehend. Müsste ich Feuer sehen. Ich hab ein Kaninchen getötet. Nice. Finde ich auch. Ich hab ein Kaninchen getötet und ein Rehfell, hab ich. Okay, Hanni sah mit Fische. Voll, ich glaube, ich bin zu dumm zum Treffen. No. La 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 la. Hm. Habe ich doch gesehen hier, Kollege Schnürschuh. Haha. Zwei Hasenfälle hab ich. Das andere Vieh läuft zu weit weg. Nimmst du das Hasenfleisch gar nicht mit? Ich bin voll. So, hier ist noch ein Hasenfeld, das dritte. Hier ist auch noch Fleisch. Hm. Und das vierte Kaninchen. Also Hasenfell. Aber guck mal nicht aus Has... Mit dem Bogen hier bin ich irgendwie nicht so sicher. Aber guck mal nicht aus Hasenfell und aus Reh irgendwas machen? Ich hab ja mal was Verdorbenes weggeworfen. Achso, ne. Mit zwei kannst du einen Wasserschlau machen. Mit zwei Hirschfällen. Mit zwei Hirsch, zwei Waschschweinen. Okay. Das heißt, eigentlich bräuchte jeder von uns nochmal vier Rehfälle extra, damit wir da die Sachen auch machen können. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nochmal vier Rehfälle extra, plus die, die wir da eh schon brauchen. Ja, das eigene Reh ist mir ja davon gerannt, nachdem ich es einmal getroffen habe. Wir finden schon neue. In Lost Fares, das bin ich halt nicht gut mit dem Bogen. Du warst noch nie die zielsicherste, ne? Ey! Was denn? In Minecraft hab ich immer alle geknallt. Ja, es geht nicht um das Treffen, ich muss knallen. Ja, da hab ich auch getroffen. Wow. Aber hier gibt es auf dem Echt... Ihr fühlt gar keine Reh rum, ne? Das ist mal really. Ey, bleib mal hier. Hallo, bleib... Ich? Doch mal stehen, ihr Viecher. Ey! Was passiert? Ah, zwei. Zwei Stück. Zwei was? Kaninchen. Sehr cool. Ich kann jetzt auch kein Fleisch mehr auf dem Sapk mellen. Also zumindest keine Kanickelfleisch mehr. Okay. Also Rehe waren hinten, auf der anderen Seite, ne? Ja, aber die müssen ja im Wald eigentlich über sein, oder ist das falsch? Also im Normalfall? Weiß ich nicht. Er lauft nicht so weit weg. Mach ich doch gar nicht. Ich geh nur alleine in den dunklen Wald. Ich hab Angst. Große, starke Shaki hat Angst. Vor allemal, gab's hier nicht irgendwo das Katana? Was? Ich glaub, hier irgendwo gab's das Katana. Katana? Katana. Schwert. Jaja, ich weiß, was ein Katana ist. Achso. Ich hab ein Bild gefunden. Und ich hab rote Farbe gefunden. Komm mal hier, zu mir, Honey. Wieder verloren. Ich seh deinen Namen schon wieder nicht. Äh, links von dir. Ja, hier. Aha. Ein Bild. Und. Okay, das Bild ist okay. Mit der roten Farbe malst du dich jetzt an, Honey. Die hier steht. Okay. So. Und jetzt greifen uns die Bösen nicht mehr an. Also die eingeborenen. Es sei denn, wir greifen die an. Oder wir töten Tiere oder so. Wenn die das sehen, dann greifen wir uns auch an. Oder. Äh, wenn es regnet, dann wird das abgewaschen. Ja, okay. Oh, hier sind ganz, ganz viele, äh, 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 ganz viel Stoff. Äh, guck mal, da hinten ist das Flugzeug. Lol. Hä? Was? Hinter uns ist das Flugzeug. Da. BTS sind wir jetzt am Anfang wieder? Äh, lol. Vor allem, ja, ja, ist klar. Guck mal, hier ist das sogar mit der Treppe, die ich gebaut hab da. Ja. Krass. Aber es hat sich hier verändert, ne? Ja, irgendwie, gefühlt schon. Hier sind wir ja nochmal Soda und, oh, und Essen und Alkohol und Trinken und sowas ist hier alles drin, Honey. Das ist wieder alles, ist wieder alles respawned. Das ist, nein, das ist nicht chitisch. Nein, überhaupt nicht. Alles mal doppelt nehmen. Ganz viele Soda, vor allem. Und Medizin. Ja, cool. Das, ähm, gefällt mir. Alkohol. Mach Bier, ne Hohl. Aber ich frage jetzt natürlich echt die, gibt's Rehe nur an bestimmten Stellen auf der Map? Das weiß ich echt nicht. Oh, ne. Oh, fuck. Okay. Schon wieder? Hm? Schon wieder? Wow. Ne, das tut mir sehr weh. Das ist voll geil. Hast du das schon mal gemacht mit, dass du so zu ihnen eingeboren gegangen bist, wenn du eingefärbt bist? Natürlich nicht. Okay, komm mit. Wir gehen da mal hin. Wir sagen dir mal Hallo. Jetzt hier nix angreifen. Dann wären die böse. Okay, ich nimm meine Finger von den Tasten weg. Hier hängt so viel Stoff. Ja, die Stoff kannst du mitnehmen, das ist ja egal. Nichts zerstören, das war halt nix, ne? Hier waren doch gerade welche. Ich hab die gerade gesehen. Die haben unsere Präsenz gemerkt und die haben hier abgezischt, haben die dann gedacht, ne, dat. Hier waren doch gerade welche. Hier sind wieder Kanister. Ich kann bloß keine mehr aufsammeln. Oh, das ist gut. Dann kann ich welche mitnehmen. Hier bei mir. Zwei Stück. Ja, nice. Danke. Danke. Toll, eben waren hier echt welche, ne? Ich hab welche... Oh, einen hab ich gesehen, aber... Hm. Das ist ja jetzt doof. Hier hängt Seile. Ich kann nicht mehr tragen. Hier sind halt auch Koffer, ne? Ja, Schatz, ich Koffer. Jetzt erstmal noch, glaub ich. Also wenn wir jetzt echt die Seen... Ich weiß nicht, was macht man, wenn wir die aufmachen, weiß ich nicht genau. Ist das jemand von den Passagieren? Nö, da kein... Keine Dings kommen, nicht. Sonst würde da ja der Eintrag kommen, wegen Passagierliste und so. Ich... Kann man unendlich viel tragen? Stoff? Ja. Da ist jemand. Hier. Hier auch. Guck mal hier. Trotzdem ein bisschen aufpassen, weil ihr könnt... Ne, ich lasse mich doch angreifen oder so. Bloß nichts zerstört, kein Tier töten. Hält mal bitte bei mir trotzdem. Ja, ja. Drei sind hier. Dein, vier, fünf, sechs. Nicht angreifen. Wer denn, der ergreift an. Sonst nicht zu holen. Auf, wenn der zu dir rennt. Ich will nur ein bisschen von dem Dorf rausgehen. Weil wir dann ein bisschen mehr Freiraum haben, wenn wir doch angreifen müssen. Hi. Ich finde das mal cool. Vor allem ist... Bleib mal hier stehen. Wir setzen dich gleich hin und fangen an zu singen. Guck mal jetzt. Nein, noch nicht. Wo wir denn erst mal das Meer sind. Fühlt mir irgendwann irgendwann von dir an zu singen, plötzlich. Weil die uns verehren. Weil wir diese rote Farbe sind wie Götter für die. Wenn es jetzt richtig wäre, wäre es halt echt scheiße, ne? Hm? Wenn es jetzt richtig wäre, wäre es halt echt scheiße, ne? Sollen wir so ein bisschen Richtung unserer Bude gehen? Einfach mal so ein bisschen auf den Weg und gucken, ob wir da... Ja. Der singt! Hörst du das? Hörst du das? Ja. Der Typ hier, der singt. Ja. Und schon, wenn du jetzt da irgendwie 20 Stunden hast und dann alle singen. Das ist geil! Okay, jetzt dann, äh... Ja, wir gehen langsam mal wieder ein bisschen zur Richtung dem Haus. Aber wenn es plötzlich einfach hier zu regnen wäre, wäre es echt kacke jetzt. Weißt du? Und nicht durchs Wasser gehen, oder so, ne? Ja. Und solange wir normal gehen, folgen die uns auch. Ich will aber nicht unbedingt, dass sie uns folgen. Warum nicht? Ich meine, genug, jetzt können wir die zu Hause abschlachten und dann haben wir vor allem... Ja, aber das macht mir trotzdem ein bisschen Angst. Oh, Anni hat Angst. Ich finde das cool mit der Farbe. Ja, ich auch. Wie viele Hasenfälle hast du jetzt eigentlich? Vier. Okay. 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 Fuck, ich will nur einen Hasen für dich töten. Du hast auch noch eins oder zwei dazu, ne? Zwei habe ich, ja. Weil ich nur einen Hasen für dich töten, hättest du noch eins mehr gehabt. Weil ich keine Katze mitnehmen, ne? Ein Hasenfleisch? Äh... Eifol. Da kann ich auch nichts mehr mitnehmen. Ich bin generell alles irgendwie voll gerade. Also bis auf Refell halt leider. Ja. Joa. Oh, Anni hier, guck mal. Unser Falle ist doch ein... ...n Hase. Kannst du töten. Oder kannst du das Fell mitnehmen. Sollen wir dann erstmal kurz pennen gehen? Ja, sofort. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich warte. Alles gut. Hey, sind wir zwei Betten fertig. Oh, ich kann doch nicht schlafen. Kann das mit dem Stock nicht. Soll ich runterkommen, oder was? Ja, weil bei mir steht N, aber mit N, wenn ich N drücke, passiert da nichts. Ich komme schon, keine Sorge. Also, die hat N zum Wiederaufbau. Du musst den töten, ne? Du musst da draufhauen, ne? Ja, hab ich ja schon. Achso, ist schon. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal schlafen. Und dann... Und dann... Und dann... Frag mich, ob ich Medizin nehmen soll. Dadurch, dass ich vorhin da von dem Felsen gerutscht bin, bin ich halt nur noch halbes Leben. Ja, nimm einfach. Also, ich meine... Mach einfach. Nimm ruhig. Nimm ruhig. Und dann komm mal zu mir ins Bett. Ja, warte mal. Weicher ist mal. Und... Uff. Blackscreen. Gut. Und damit... Dankeschön fürs Einschalten bei... The Forest. Du hast keine rote Farbe mehr dran. Du auch nicht. Mit der lieben Hanni und bis zum nächsten Mal. Tü-dü-lü. 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 Tü-dü. Tü-dü-lü. Bis zum nächsten Mal.